Wir sind im Herzen der Wildnis, das heißt Monster, Moskitos, riesige Moskitos, die mich zerstechen werden, wie ich es jetzt schon hasse. Ich habe eine neue Fähigkeit mit dem Gepäck, wegen Goldloot, die ich bekommen habe. Mal schauen, ob die was kann, so begeistert bin ich nicht, wow, das habe ich, ich habe Drei-Gleit gespielt, also jetzt muss ich mich auch wieder auf die Steuerung umstellen. Ist er gerade hinter mir gekommen? Ne. Hopp, ich habe ihn durch die Wand geclitcht. Okay, mit den Zombies macht er, Zombies, ja, zu viel Drei-Gleit gespielt. Mit den Monstern macht er das Hochhebe-Effektchen. Und, naja, man könnte ja auch Zombien-Mutants nennen oder so. Sicher nicht falsch. Hochhebe-Effekt. Hopp, daneben. Das wird das große Problem bei dem Effekt sein. Komm, jump her. Ach, zu spät, zu spät. Ich glaube, ich... Hopp, Katzin. An early boss fight. Me boy. Kann ich mit dem das auch machen? Nein, glaub nicht. Aber er kann es mit mir machen. Okay, es funktioniert doch ein bisschen. Mit dem Vorder habe ich ein bisschen mehr Magazin rausgeschossen, als was ich zur Verfügung habe. Oh, ja. Ah, naja. Vielleicht kann das doch was. Wenn es die Boss ist dann, ist das eigentlich schon mega. Und du bist dann. Oh. Vielleicht werden wir doch das weiterführen. Und es ladet schnell auf. Ah, naja. Ich bin nicht so schlecht. Ich bin nicht so schlecht begeistert. Es wird wahrscheinlich gegen Moskitos und Vögel nichts helfen. Auch. Aber ansonsten schaut es gar nicht so schlecht aus. So. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the... Hm. Ich sollte meine Stimme nicht gleich noch nicht. Naja. ich bin eigentlich gar nicht schlecht davon begeistert du bist da schaut noch einer fetten Damage Fähigkeit aus ich habe sie nie gespielt komischerweise meistens die Chronos klingen die Belangsamungsfalle Wirbelschnitte aber das habe ich nie ausgeprobiert schönes Licht wieder das überhaupt nicht blendet wahrscheinlich Boss ich glaube diesmal habe ich nichts getroffen ja Chronos hat auch nichts getroffen das ist wenn dann auch nicht so schlecht Boss gleich hier am Anfang ist schon mal großes Problem ich bin froh dass ich die Shotgun als erstes aufgerüstet habe und nein diesmal muss halt nur besser treffen ich habe gerne nervt das heißt alles bis auf die Shotgun ist auf Stufe 48 die Shotgun ist auf Stufe 49 und 49 ist das höchste was wir freischalten können zur Zeit oh diesmal nicht okay wir gehen ja mal Muni aufbillen inzwischen wenn der sich ausbaut oh hallo so nicht vereinbart du bist gleich down oh wow oder ich bin gleich down das war eigentlich knapp als es sein hätte sollen ich will nicht wieder meine Frisur fliegen sehen nein nein das wäre gar nicht geil weiter getroffen nice wieder ein großer wow leicht geklitscht er hat fett Schaden bekommen oh ja das macht Schaden wir brauchen weiter Schaden auch im großen er daneben ich daneben er wird gleich mit den Granaten verrecken ob er hofft daneben wir haben gerade gar kein Zielwasser getrunken also wir spielen diesen Dungeon auf Stufe 48 49 war das höchste im Dungeon hm nur da wir sehen weil die Aufrüstung leveln ich weiß später kommen noch Moskitos und dann wird es schwierig alles ohne fliegende Gegner ist eigentlich ziemlich leicht und bei den Menschen alles ohne Sniper aber Sniper sind komischerweise sowieso immer dabei und dann gibt es auch noch die Granaten Johnnies die mehr unsichere machen wir nehmen mehr auf oder ja nehmen wir gut da haben wir wieder einen großen wir gehen wieder da zu ich sehe mal gar nichts gerade nicht das Beste ist oh wir fliegen großer ich weiß gerade gar nicht dass es abgeht aber es geht ab die Schockern ist die Welt verbumsen die violette Schockern die macht alles weg ha nix da jetzt hat er mich einmal erwischt und wieder nichts super schnellen was wollte ich sagen super schnelle Ablezeiten so jetzt war es das nochmal jetzt sollte vier Wellen ist das nochmal eine Welle zu viel meiner Meinung aber ich spiele ja gerne ewig lange habe ich ich kann mich gerade mal erinnern was für eine Ausrüstung ich sonst noch habe diese Sachen haben wir bekommen weil es jemanden interessiert nichts im Set drei verschiedene Sets auch okay so eine Katzin ohne sprechen ja Moskitos ich habe sie schon gesehen ja zu viel Outriders Dying Light gespielt kommen die Moskitos auch wollen wir die kleinen er trifft mich mal nicht das ist schon mal was Gutes nein sie kommen einen weg der zweite trifft mich und die Schottgang wird richten oh nicht nochmal bitte wie schaut es mit der Muni aus liegt am Boden genug glaube ich ja ich glaube nicht dass ich nochmal hier durch rennen kann sobald ich hier durch bin aber wir werden sehen das Moskito gebiet irgendwo Moskitos irgendwo schießt aber sind es Moskitos oder sind es die kleinen grün oder sind es die kleinen grün was sind die kleinen grün oh jetzt sind sie da rückzug kann ich mich rückziehen ich kann mich zurückziehen ich nenne es einen Vorteil ich glaube ich habe in dieser Hölle bessere Chancen oh Moskitos treffe ich sie oh der trifft mich den nochmal weg sind dann die kleinen oh ich hält Muni weg oh komm schon ich muss den Moskito wegmachen ich glaube das hat gerade nichts gemacht okay okay kleine 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 gehen wir zum großen mal der spielt da ganz alleine draußen herum es wird mir fast leid oh sollte er mich nähen gut ausgewichen ah es sind mehrere gut zu wissen ich habe keine Ahnung was ich gerade gedocht habe aber es ist ach du Mist Rückzug Rückzug vielleicht Zeit zum Nachladen okay okay Moskito zu legen das Ding muss weg noch eins ist da drüben ach ich hasse die ich hasse euch weg mit dir die großen Langsamen sind da kein Problem kann ich die yes okay großer Langsam mal wieder und zuerst was trinken ach so jetzt bin ich bereit für den Kampf uh oh Mist hoch mit dir wieder Mist Mist ich musste fast aus der Reichweite holen wäre vielleicht besser gerade da ist der Highground Advantage ich glaube das geht nicht durch durch hin oh je oh je oh je ein bisschen ganz schlecht aufgetellt für mich oh Mist komm schon alle unten gerade wieder leider keine Grits machen wir doch mal weg ach geht doch das ist komischerweise schwieriger als ich gedacht habe ah der nächste wo oh je oh je oh je oh je oh da ist schon fett Bartikrat der da hinten Mist naja haben wir gleich hier wieder einen weg er hat mich fast weg ja steht gleich nice das war auch guter Schaden oh 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 schwierig als gedacht oh oh wir gehen trotzdem weiter schauen wir mal da wird dort Muni liegen wahrscheinlich hu zach ja falsche Taste das die Taste die ich brauche ich brauche keinen Crown Pound viel wald wieder das heißt mosquitos nicht und noch nicht und noch so läuft mein spiel mein sprichwort ist englisch german and talk anything und ich habe wieder gewechselt unabsichtlich da sieht man das teleportier doch konzentration ok granatenschaden da ist schon fett party gewesen da ist noch immer fett party ich habe einen geglitscht tagesziel erreicht wenn jetzt die mosquitos auch noch kommen werde ich dann ziemlich schnell überfordert sein zurück zur muni vielleicht schaffe ich es dorthin ich werde mit meinen spitzahlkugeln aufhalten falls dann weg damit da einer sich klitscht habe ich die zeitbahn zum erholen ok jetzt habe ich zeit mich zu erholen und mir den gekriegten typen wieder anschauen man you see me lost ja auf jeden Fall to lo an ok kommt ein boss fight von mosquitos kann atem schaden das ist schon mal gut wir halten uns trotzdem noch die kugel noch wir nutzen sie da war jetzt fett schaden dabei den ich bekommen habe nimmst du was war das guter tot wichtiger tot wichtiger tot einfach nur leben holen und raus hier und raus hier ich bin der Barsch ok danke kleiner mach mal die weg hab jetzt die weg ich bin der Barsch ich bin der Barsch ich bin der Barsch Oh, wieder eingeklitscht. Okay, okay, wir haben eingeklitscht und wir haben den Großen da wieder. Komm schon, Mann. Das kann sein, dass er sich noch Käfer holt, also. Moskitofreunde. Das heißt, wir werden einfach nur auf Nummer sicher gehen jetzt. Nice. Ich weiß, dass er sich Moskitofreunde holt. Das war es schon fast wieder mit meiner Muni. Oh, ey. Nix da. Ah, der ist durchgegangen. Mal so auf den Kopf schießen. Ausgewichen. Oh, der schlagt nicht. Oh, ich bin in den Rückenschaden. Letztes Magazin. Das wird sich auszahlen. Ja. Oh. Schön, die Kleinen zu klitschen. Schau, wie ihr da hinten rumtanzt. Ganz alleine. Kann nichts tun. Ich verbrauche meine Sturmgewehrmunition. Halbes Leben auch nur. Jetzt kommt wahrscheinlich die Boss-Moskito-Welle, wo ich total verzweifelt werde. Oh, der haltet viel Sturmgewehr-Muni aus. Die Sturmgewehr bilden kritische Schüsse das Magazin wieder auf. Da sind wir schon versuchen auf Kopftreppen. Aber wenn er so rumtanzt, ganz alleine, ist das gar nicht leicht. So, was kommt? Was kommt? Oh. Warte. Wieder zurück. Geht's da noch tiefer rein? Tiefer Lockhart rein? Seit mir tiefer PMT ist runterzuladen für meine Thumbnails. Ich erinnere mich. Let's get on harter Kamp. Ich glaube, wie ich Facecam genutzt habe, war ich hier. Der ganze Kamp ist mir verbrannt. Woher ging der Pod? Es geht runter, 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 runter. Juhu. Just like me. Ausgekotzt. Ich glaube, Facecam war anderes. Andere Dungeon. Andere Endgame-Lobby. Binnen. Sehr schön. Habe ich noch ein weiteres Magazin bekommen? Boah, das waren jetzt mehr als zwei Magazine. Ach Mist, da haben wir noch so welche. Okay, schauen wir, dass wir den Großen zerlegen. Bevor die anderen sich einmischen. Bevor die anderen sich einmischen. Sehr schön. Sehr schön, das sehe ich gern. Moskitos. Das sehe ich nicht gerne. Ich habe ja gewusst, da kommen noch Moskitos. Oh Mist. Einfach nur, dass ich wieder Leben bekomme. Ah Mist. Okay, okay. Weitere Moskitos. Nur so welche. Welche sehr takieren. Den da. Wo ist er? Da ist er. Nice. Ach her, der Kleiner hat mich gestoppt. Moskitos wieder? Ja, ja, Moskitos. Aue. So, bis das nächste ist dran. Da ist wieder ein Moskito. Habe ich es erwischt? Oh. Oh. Das ist viel wert. Jetzt ist es viel Zeit, dass ich kleine Kills mache und Granatenschaden kriege. Okay, da ist Moni. Das ist als nächstes dran. Brauche ich gar nichts. Wir machen einfach nur eine große Runde. Gehen wir rundherum tanzen. Ich hoffe, das war's. Mit den zwei dann. Und den so ein Uplandor. Ne. Ne, es kommt noch was. Ah ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ein kurz weiteres Kumpadrad. Und ich sehe nichts. Da ist ganz normal, dass da kein Licht drin ist. Braucht sich nicht wundern. Das haben sie extra so gemacht. Noch mehr Verwirrung. Okay, wir haben drei Bosse. Riecher. Du zuerst. Oh je. Uh, da ist ja einer. Da habe ich gerade einen Schaltempfang gekriegt, weil ich den so angeschossen habe. Mehr Moni. Sehr schön. Gute Sache. Uh, gerade noch ausgewichen. Mehr Moni. Da ist ein Verletzter. Nix da. Ich hoffe, das Board beschützt mich. Hat gut ausgeschaut. Ich glaube, ich habe leider ziemlich gut erwischt. Nix da. Da ist ein Verletzter. wie schaut es mit der Moni aus geht so hier mit dem Port jetzt Fettschaden kommt schon Port gibt mir die Deckung die ich brauche yes ich hoffe das war es mit den Zweien dann nix da yeah und direkt beim Port danke Port gib mir die Loot wir sind endlich in der Goldloot schwimmend hören auch Monster schreien was haben wir bekommen drei Waffen leichtes Maschinengewehr ausschaut wie ein Mammo draus und Glücksverherzer werden wir das nächste Mal testen danke fürs Zuschauen tschüss tschüss